Magische Worte bei Pressemitteilungen Bekannt werden im Internet jetzt mit Halbautomatik? Wenn Sie lernen wollen, wie man zündende Schlagzeilen, Buchtitel oder Überschriften schreibt, müssen Sie die Bild-Zeitung lesen. Genau diese Worte klingen immer noch in meinem Ohr. Mein Geschäftspartner, Freund und sehr erfahrener Mann im Verlagswesen, Peter Kirchmeier, gab sie mir vor 24 Jahren mit auf meinem schriftstellerischen Weg. Damals wollte ich bekannt werden, war aber noch ein Frischling im Bücherschreiben. Ab da habe ich Tag für Tag die Bild-Zeitung morgens gelesen. So habe ich gelernt, wie man verlockende Schlagzeilen formuliert. Nicht nur bei Büchern, sondern auch bei Newslettern und Pressemitteilungen. Gerade Pressemitteilungen sind eine Wunderwaffe, wenn Sie bekannt werden wollen. Jetzt können Sie solche Meldungen mit anziehenden Schlagzeilen gewissermaßen halbautomatisch verfassen. Mit meinem PC-Programm der Pressemanager. Bekannt werden fällt Ihnen damit spielend leicht. Denn das Werbesystem zündende Headlines ist im Pressemanager eingebaut, in Form von Mustervorlagen. So haben Sie Zugriff auf über 100 magische Schlagzeilen und Pressetextpassagen. Die können Sie mit wenigen Mausklicks abrufen. So müssen Sie nicht erst tagtäglich die Bild-Zeitung lesen und studieren, wenn Sie bekannt werden wollen. Ebenso unkompliziert können Sie mit diesem Programm das Manuskript strukturieren und optimieren. Und zu guter Letzt nimmt Ihnen der Pressemanager viel Arbeit beim Einstellen der PRs ab. Wenn Sie die entsprechenden Optionen wählen, steuert das Programm die wichtigsten deutschsprachigen gratis Online-Presseportale an. Die Berichte, mit denen Sie bekannt werden, sind dann im Handumdrehen eingestellt. Das spart Zeit und Nerven. Sie wollen mit Ihrem Shop oder Ihrem Angebot bekannt werden? Dann fangen Sie an, Pressemitteilungen mit magisch anziehenden Schlagzeilen zu schreiben. Dadurch kann sich kein Leser mehr Ihrem Pressetext entziehen. Ich verspreche Ihnen, auch Sie werden innerhalb kürzester Zeit in den Suchmaschinen ganz oben zu finden sein. Und zwar unter den richtigen, auf Ihr Produkt zugeschnittenen Begriffen. Wenn Sie im Internet mit Ihren Leistungen Geld verdienen wollen, müssen Sie zuerst bekannt werden. Diese kleine Investition namens Pressemanager macht sich dann tausendfach bezahlt. Ich weiß, wovon ich spreche. Denn über diesen Weg bin ich im Internet bekannt geworden wie ein bunter Hund. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgs-Online.de Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Bekanntwerden. Bleiben Sie stark! Ihr Wolfgang Rademacher